Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag euch allen, ich hoffe euch allen geht's gut. Hintergrund sieht ein bisschen anders aus, ich bin gerade momentan ein bisschen das Büro am Umändern, will vielleicht noch ein Greenscreen, mal gucken, was da noch so alles kommt jetzt so demnächst. Aber es sieht einfach mehr nach Büro bzw. Studio etc., wie man es nennen will, aus. Kleiner Reminder, bevor wir jetzt gleich anfangen, heute Abend, 19 Uhr auf meinem Kanal, gibt's auf jeden Fall wieder einen Livestream, würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid, so letzter Livestream des Jahres, klar, gut, ja, ist ja auch bald rum. Nächstes Jahr, wie gesagt, dann auf jeden Fall regelmäßiger, immer zu einer festen Uhrzeit. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst und vielleicht die Glocke aktivieren, dann wisst ihr sofort, wenn ich Livestream mache. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Bitcoin-Shard-Analyse. Momentan traden wir bei ungefähr 47.350 US-Dollar, sorry, ich bin noch nicht so ganz bei der Sache heute. Wir haben heute Nacht einen kleinen Bounce an unserer Supportbox hier in unserer 4-Stunden-Demand-Zone bei ungefähr 46.000 US-Dollar gesehen. Das war ja die Zone, nachdem wir hier oben unsere größere Demand-Zone durchbrochen haben, war das eigentlich so die Zone, wo ich angepeilt habe, deswegen waren hier auch ein paar Orders gesetzt, sag ich mal. Müssen wir jetzt mal schauen, ob die hält momentan. Wir hatten, wie gesagt, so einen kleineren Bounce. Sieht momentan wirklich ganz gut aus, sag ich mal, der RSI ist relativ weit unten. Wir hatten hier auch nicht wirklich Volumen, sag ich jetzt mal drin, von dem Bounce her. Also es geht jetzt auch ins Wochenende, ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig auch, weil jetzt Silvester ist etc. Ihr wisst, die Volatilität nimmt vor allem am Wochenende ein bisschen ab, beziehungsweise lassen sich die Märkte doch einfacher pumpen und dumpen, wenn wenig Volumen im Markt ist. Wie gesagt, die Zone muss auf jeden Fall halten. Ansonsten, wir sind hier weiterhin in unserer größeren Range, die ich euch schon vor ein paar Tagen gesagt habe. Diese Range ist einfach momentan das, was zählt. Ihr seht hier immer wieder Widerstand, Support, 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 Widerstand, Widerstand und jetzt wieder Support. Brechen wir diese Zone hier bei ungefähr 45.500 US-Dollar ca., sehe ich hier wirklich nochmal tiefere Kurse, weil einfach diese Range momentan alles hier vorgibt. Andererseits, das habe ich vorhin schon in die Telegram-Gruppe gepostet, wer noch nicht drin ist, kommt auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir haben eine Bestätigung auf unserem Falling Wedge gesehen. Das Falling Wedge haben wir jetzt eigentlich schon seit, ich glaube ein paar Wochen eingezeichnet. Ihr seht es hier unten immer wieder als Support genutzt. Klar, wir hatten jetzt hier diesen extremen Flash Crash, den zähle ich jetzt mal nicht mit, wurden dann aber wieder aufgekauft und haben diesen Support hier immer wieder genutzt. So, jetzt sind wir ja vor kurzem ausgebrochen, das war glaube ich Weihnachten, beziehungsweise Heiligabend sind wir ausgebrochen hier, sind dann am 200er EMA plus SMA rejected worden, dann noch ein bisschen hier konsolidiert und haben jetzt den Abverkauf gesehen. Und wo sind wir genau gebounced? Einerseits an unserer 4-Stunden-Demandzone, andererseits genauer an unserem Falling Wedge. Das heißt, für mich ist es immer noch valide, dass wir hier immer noch dieses Preisziel erreichen könnten. Das heißt für mich, theoretisch, wenn wir jetzt danach gehen, würden wir auf bis zu 69.000 US-Dollar steigen können. Momentan, ich habe es vorhin gelesen in der Gruppe, irgendjemand hat es gepostet, Femex und ich glaube auch auf Bybit sind die Funding-Fees wieder ins negative Gerüst. Das heißt, die Leute sind weniger long, sondern mehr short. Passt auch momentan zur Situation, einfach jeder denkt, okay, wir gehen jetzt weiter runter. Aber wie oft oder wie oft hört ihr immer noch, dass wir hier in Richtung 40k gehen? Die Möglichkeit besteht weiterhin, sage ich mal. Man sollte sich darauf vorbereiten, trotzdem, solange diese Zone hält mit dieser Range, bin ich weiterhin noch bullisch gestimmt, dass wir hier nach oben ausbrechen können. Vor allem jetzt im neuen Jahr, klar, es werden Gewinnmitnahmen gemacht, jetzt vor allem gegen Ende des Jahres. Das ist wahrscheinlich jetzt auch der Grund, warum wir hier die ganze Zeit konsolidieren, weil Wale momentan aber auch nichts zu Exchanges schicken. Es hat sich onchain-mäßig überhaupt nichts verändert. Ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt. Die kleineren Hotler verkaufen, die Wale kaufen. Vorhin erst wieder gesehen, Michael Saylor hat auch wieder gekauft. Heißt natürlich, wenn Michael Saylor kauft, dampen wir sofort wieder. Also behaltet das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Michael Saylor hat bei 49k gekauft. Rechnet mal minus 10, 20k. Also das heißt, nee, Spaß. Auf jeden Fall, die Großen kaufen wir einfach weiterhin. Deswegen, ich bin einfach nicht bearish gestimmt momentan. Das ist einfach eine Seitwärtsphase, was ihr hier seht. Falling Wedge ist auf jeden Fall noch im Play. Das zählt jetzt erstmal den Rest. Können wir heute Abend noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, heute Abend im Livestream. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum im Endeffekt relativ gleiches Spiel. Wir können jetzt hier mal das Falling Wedge noch ein bisschen genauer ziehen, sage ich mal. Dann passt es auch hier mit den Punkten. Auch hier, perfekter Retest. Oder was heißt perfekt? Wir sind minimal drunter gedippt. Aber gut, das hat auch noch mit Bitcoin zu tun. Aber auch hier im Endeffekt ein perfekter Retest, das Falling Wedge. Auch hier Preisziel bei ungefähr 4800 US-Dollar. Also in Nähe des All-Time-Highs. Momentan, jeder ist einfach bearish. Ich höre es in Gruppen, etc. Wir haben jetzt auch fast den Wig hier nach unten hingefüllt. Also ihr seht, der Wig ging damals bis 3372 US-Dollar. Der wurde jetzt ungefähr gefüllt bis 3580. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bei Bitcoin haben wir halt eben noch diesen Wig. Das ist immer noch die Chance, die besteht, dass wir noch weiter dampen. Aber Ethereum hat jetzt, sage ich mal, auch diese Demand-Zone durchbrochen. Somit keine Support-Zone mehr. Wir haben aber jetzt den Bounce, wie gesagt, auf unserem Falling Wedge gesehen. Erstmal Bullish. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Es zählt jetzt einfach, dass wir hier viel, viel mehr Kaufvolumen im Markt kriegen. Und hier endlich mal einen richtigen Bounce nach oben sehen. Damit auch hier mal vielleicht einen Short-Quiz sehen. Ich habe es gerade gesagt, die Funding-Fees sind wieder ins Negative gerutscht. Es besteht die Möglichkeit, dass hier einfach dann irgendwann ein Short-Squeeze kommt. Und dann, dass wir hier einfach durchbrechen. Deswegen habe ich mich long positioniert. Schauen wir mal, wie lange. Gut, schauen wir uns mal ein paar Altcoins an. Cardano ist unter den 200er SMA gefallen. Da wird es jetzt interessant, ob wir uns den 200er SMA zurückerobern. Oder ob wir rejected werden mit den 4 Stunden EMA Ribbons. Da werde ich dann je nachdem meine Entscheidung treffen. Wenn wir hier nochmal drüber kommen, plus eine Bestätigung auf den 200er SMA sehen, könnte ich mir auch nochmal eine Long-Position überlegen. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Elrond weiterhin in der Seitwärtsphase. Wir haben hier weiterhin unser Key-Level. Was hier immer wieder angetestet wurde als Support. Auch dieses Mal hat es wieder gehalten. Hier bin ich mir noch relativ unschlüssig, ob dieses Level wirklich halten sollte. Im Endeffekt, dieses Holoride-Ding geistert da glaube ich auch noch ein bisschen rum. Auch wenn es da jetzt anscheinend eine Rückzahlung gab, was ich so ein bisschen am Rande mitbekommen habe. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, auch hier die Zone hält weiterhin das Key-Level. Das ist extrem wichtig. Brechen wir durch. Sehe ich hier nochmal kurz um 200 US-Dollar. Ansonsten ist es hier wirklich eine gute Akkumulationsphase, sage ich mal. Für Long-Term eventuell die Elrond halten. Gut. Dogecoin gibt es wenig zu sagen. Solana hat eigentlich ein schönes Breakout-Cup mit unserem schönen Abtrend. Der hier auch wunderschön gehalten hat. Dann sind wir durchbrochen. Wir sind durch den 200er S&L gebrochen. Und durch die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Auch hier momentan bouncen wir hier momentan ein bisschen am Monats-S1. Aber auch hier gefällt mir das noch nicht wirklich. Wir haben hier gar kein Volumen im Markt. Ares-Eyes relativ weit unten. Also wir können jetzt auch hier langsam wieder steigen. Wobei ich mir einfach ein impulsives Breakout aus diesem Downtrend-Kanal. Weil im Endeffekt befinden wir uns jetzt wieder übergeordnet in unserem Downtrend-Kanal. Kein gutes Zeichen, finde ich momentan zumindest. Wenn, dann möchte ich hier wirklich ein impulsives Breakout sehen. Mit einem ordentlichen Schub. 200er SMA. Weil er ja sonst auch immer funktioniert. Von mir aus auch nochmal den Downtrend bestätigen. Und dann wirklich einen impulsiven Move nach oben. Weil im Endeffekt das hier war einfach langsames Ansteigen. Trend ist gebrochen. Und sofort wieder down. Mehr war es nicht. V-Chain. Im Endeffekt gleiches Spiel. Wir haben zwar hier diesen Downtrend gebrochen. Aber seitlich. Das ist für mich kein wirklich relevanter Ausbruch. Auch hier. Wir sind kurzzeitig über den 200er SMA gekommen. Konnten den aber nicht halten. Haben ihn sogar als Widerstand wieder respektiert. Sind runtergefallen. Und momentan sieht es sogar danach aus, als ob wir sogar den Monats-S1, den hier ganz leicht angedeutet seht, als Widerstand bestätigen. Auch kein gutes Zeichen erstmal. Aber müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten. Wie gesagt, Silvester, Neujahr, Wochenende. Es kommt jetzt alles zusammen. Deswegen einfach ein bisschen vorsichtig. So. Schauen wir mal meinen Lieblingscoin momentan an. IOTA. Nachdem er monatelang hier in dieser Range gefangen war. Befindet sich momentan bei 1,47 Dollar. Auch hier die 4 Stunden E-Mail Ribbons halten hier auf jeden Fall noch den Abtrend. Was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen ist. Wir sind hier oben rejected worden. Aber die Konsolidierungsphase ist enorm wichtig. Ihr seht es hier. Das Volumen ist krass angestiegen. Das war auf jeden Fall wegen dem ganzen Staking gedünnt, was da jetzt rauskam. Grüße an Binance, die suspended haben. Also sowas nervt mich dann wiederum, wenn du versuchst zu staken und Binance suspended dann einfach mal hier alles. Finde ich nicht gut. Auf jeden Fall 4 Stunden E-Mail Ribbons halten weiterhin. Gutes Zeichen. Plus das 0,786. Also hier könnte ich mir jetzt erstmal gut vorstellen. Ich glaube jemand hat es vorhin auch in der Gruppe angesprochen. Ich glaube Knut war es. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Erstmal eine Seitwärtsphase bin ich voll bei dir. Erstmal hier eine kleine Seitwärtsphase. Vielleicht auch nochmal in das Golden Pocket hier unten rein. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber würde auf jeden Fall guttun. Ihr seht es ja auch dem RSI. Ein bisschen so konsolidieren. Vielleicht noch ein bisschen nach unten gehen. Würde dem Kurs nicht schaden. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal. Den Rest können wir heute Abend gerne im Livestream besprechen. Wie es weiter geht. Welche Coins ihr euch noch wünscht etc. Genau. Ich würde jetzt erstmal die nächsten Stunden ein bisschen entspannen. Ein bisschen was vorbereiten. Noch ein paar Sachen erledigen für nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal. Gut. Gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Nick Schabro als Satoshi Nakamoto enthüllt. Interessanter Artikel. Werde ich euch dann auch gleich noch in die Telegram-Gruppe posten. Wer nicht so lange warten kann. Guckt auf jeden Fall über CryptoGuru vorbei. Wen der Artikel interessiert. Ich habe ihn schon gelesen und ich finde ihn richtig gut. Wie gesagt, heute Abend 19 Uhr. Livestream bei mir auf dem Kanal. Würde mich freuen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mich zu unterstützen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen. Beziehungsweise heute Abend wieder. Und dann auf jeden Fall morgen zu einer knackfrischen letzten Chart-Analyse dieses Jahres. Ich freue mich drauf. Wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Nachmittag. Bis heute Abend und wie immer. Stay Crypto.